Hallo aus dem wunderschönen Rethino. Heute strahlt mal wieder die Sonne und wir laufen ein bisschen hier in Richtung dieser Kirche, da rechts. Wir sehen hier auch ein bisschen den Verkehr. Wir haben hier eigentlich ein größeres Verkehrsproblem, vor allem im Sommer. Aber naja, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Hier auf diesem Platz der Fiamatere ist übrigens ein großer Parkplatz, der auch sehr günstig ist, aber wie man jetzt auch vielleicht sehen kann, ist ziemlich voll. Also, hier sind wir hier in Richtung der Fiamatere ist. Aber es ist ein bisschen größer, wo es nicht mehr so ist, wie man zum Beispiel Das ist es, dass wir hier ein paar Sachen sehen. Aber es ist ein bisschen größer, weil wir, wenn wir uns da noch ein paar Sachen schauen können, dass wir hier noch einmal auf dem Bereich der Fiamatere ist. Wir werden hier noch nicht mehr oder nicht mehr aus dem Bereich der Fiamatere ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020